Sie drückte und herzte noch einmal alle, die sie auf ihrem Weg begleitet haben. Man musste sich erst mal nahe kommen, sich richtig kennenlernen und dann taut Shirley auf. Und dann ist sie echt eine wahnsinnig tolle Person, einfach mal kümmert sich, kümmert sich auch um viele Kleinigkeiten. Sie ist eine ruhige Person auf dem Feld, ackert sehr, sehr viel, bringt sich unheimlich ein. Also ansonsten hätte sie ja auch diese ganzen Jahre nicht überstanden. Und ist wirklich eine der weltbesten Niveaus, die ich kenne. Herstin Scherlich gilt als rückhaltend und im besten Sinne bodenständig. Die Spielposition Libera war wie für sie geschaffen. Bälle annehmen, im Spiel halten, das war ihr Ding. Wie im richtigen Leben arbeitet sie lieber im Hintergrund. Wenn mir jemand sagt, toll gemacht, dann freue ich mich. Aber ich bin eher ein selbstkritischer Typ. Also ich suche bei mir lieber viele Fehler. Und wenn jemand mich lobt, dann winke ich lieber ab und sage, ach, so toll war es doch gar nicht. Mit zehn Jahren war sie schon 1,50 Meter groß und somit war die Freitalerin mit der Rücken Nummer 5 prädestiniert für das Volleyballspiel. Zu ihrer Größe kam ein außergewöhnliches Ballgefühl und ab dem Jugendalter ein Trainer, der mit dem Dresdner SC Großes vorhatte, Klaus Kaiser. Er war von der damals sehr schüchternen Kerstin sofort überzeugt. Eigentlich der ideale Libero. Nicht im Vordergrund stehen wollen, aber immer mit einer perfekten Leistung glänzen. Sie war nie intrigant, sie hat nie irgendwelche Mucken gehabt oder ähnliches. Sie hat immer fleißig gearbeitet. Kaiser führte die DSC-Damen zunächst von der Regionalliga in die zweite Bundesliga. Mit Kerstin Scherlich, mit Peggy Küttner und Viviane Leder gelang der erste große Erfolg. Der Aufstieg 1997 in die erste Bundesliga. Nur zwei Jahre später der erste Meistertitel. Wer bei diesen Spielen dabei war, wird sie nicht vergessen. Es war die Zeit, als Kerstin von einer zurückhaltenden Spielerin zu einer Führungspersönlichkeit reifte. 2007 wurde sie mit dem DSC noch einmal Meister. Damals gab es kurz den Gedanken, Dresden zu verlassen. Aber sie blieb. In Dresden ist das ganze Ambiente so familiär. Mich kennt jeder, ich kenne jeden oder fast jeden. Und das brauche ich einfach, um mich wohlzufühlen. Ein Auf und Ab am Ende der Karriere. Tränen, weil ihr ein letzter großer Meistertitel verwehrt blieb. Seit 2011 wurde der DSC dreimal hintereinander Vizemeister. Den schönsten Erfolg erlebte sie aber davor, 2010, als der Team den Challenge Cup gewann. Dies alles ist nun Geschichte. Also was mir jetzt schon fehlt, ist so das Teamspirit. Die Verbindung zwischen verschiedenen Charakteren, die eine Einheit bilden. Das ist das, was ich am Volleyball auch immer genossen habe. Jedem Ende wohnt ein Anfang inne. Kerstin Scherlich ist in der 18. Woche schwanger. Damit ist klar, wie ihr Leben erst einmal weitergeht. Was beruflich folgt, ist noch offen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.